Hallihallo Freunde, heute will ich nicht lang schnacken. Heute geht es um dieses schöne Teil hier und zwar wie ich das ganze produziere. Also viel Spaß. Musik Fräse aus, aber natürlich bleibt es nicht einfach bei so einem normalen Schild, sondern ich möchte da schon ein bisschen was Spezielles draus machen. Also machen wir mal weiter. Musik Das hier ist die schöne Werkstatt und den Rest machen wir zu Hause. Jetzt wollen wir dem kleinen Schild hier mal Leben einhauchen. Musik 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 Ich hoffe euch hat das Video gefallen und die Idee vor allem. Wenn ja, dann wisst ihr was zu tun muss. Und ich denke, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also haut rein! Musik 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 Musik